Wurde hier beschnitten, danke dafür. Frau Stehns und Herr Heinzel, beste Lehrer. Essen nicht immer geil und man kann nicht aus dem Fenster springen, weil da Gitter sind, das ist schade. Nur vier Sterne, weil es am Donnerstag vegetarischen Nuggets gibt. Von mir nur eins Stern, weil der Service nicht gut genug war. Die massiven Scheinwerfer sollten nachts an sein, während ich mich besaufe. Ich will doch sehen, wohin ich den Basketball werfe. Diese Schule ist fresher denn je. Bis Denver.